Ok, Korrektur. Das Video ist nicht mehr zu schaffen. Gerade mit dem Renderwahnsinn fertig. Also ich lade es dann morgen irgendwann mal im Laufe des Tages hoch. Heute werde ich es nicht mehr schaffen. Ich bin auch müde und tue mir den Stress jetzt nicht mehr an. Aber es spielt keine Rolle, ob es heute oder morgen online ist. Es ist auf jeden Fall ein viel zu langes Video.